Die Halle ist nicht so stark wie vor drei Jahren bei den Weltmeisterschaften. Aber vor allem bei der Herrenkirche und heute beim Schaulaufen. Da ist die Halle ausverkauft. Jetzt aber nochmals die Eistanz Europameister. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 natalia bestimanova und andere bukin eine der publikumslieblinge hier in der westfalenhalle und auch gestern abend beim abschluss bankett da waren sie ähnlich ausgelassen heiter und temperamentvoll wie nun bei diesem schaulaufen ja